So, da sind wir und ich hör... Okay, ich hör Geplätscher. Aber das muss dann auch so machen, wenn du nicht schießt. Wenn ein dünner Schiss, okay. Okay, das ist eh irgendwo eklig. Hier, also wir sind komplett leer geschossen. Jawohl, der Kalon. Okay, ich hab gehofft, dass wir es hier nochmal gehen, nach meinem Fail in Frage. Dafür nochmal Entschuldigung, dass das... Ja, ich hab wenigstens DT sabotiert. Ja. Was für ein Willengang. Prozent okay mit ihm abweichen ich bin sauer die Spieße dieses Spiel überhaupt nicht weiter ist er angefangen habe ich habe mir gesagt jede alle ist es in Anfangenen wenn die ich habe es erwartet er hat er sein muss nicht mehr in die Welt werden kann werden auch bei einem 960 bei 5.500 Euro doch schon mit mit 42 na also er kann der Kurs der Welt werden wir uns um die Idee ich hab's gemacht und wollen die an nähen nachher das ist optimal wenn man nicht mehr als optimal war in Zukunft um er ist nicht mehr mit vor war scheiß Moos ey ich werde tauchen ein Kriegschiff ich werde tauchen ah schade, hab gehofft das ist mein Handelsschiff aber das ist schon dunkel, das ist ganz dran vorbei was mir gerade aufgefallen ist genau ziehen wir das ja wir sind die über Wasser ich finde dass du die Dings kannst ey Dings was? so die gehen dann automatisch ok soll ich sie vernichten? na das bringt mir nix das ist so schnell ist ja wer weiß was es ist ja mal schauen ähm ja genau da sind das Zerstörer, Kreuzer das sieht aus wie Zerstörer Loops und Tricks das ist eindeutig ein Viehzeugträger hm du bist auch so ein Viehzeugträger das ist ein U-Boot das ist ein Atom-U-Boot das ist ein Atom-U-Boot ich habe übrigens schon mal in der ich weiß nicht ob ich guten Schiffen muss werden ja ähm ich hab schon mal ein U-Boot versenkt von den Kriegern das war lustig das war natürlich zu fähigweise aufkippt ja äh halt das Maul ich hab eh das war wirklich ähm altes Mangelentzug geklaut von Heyel aber das war knapp wann hätte ich nicht gesehen ich mags nicht so nah bei den Verwandern zu fahren und das ist noch ein Handelsschiff hier großer Geleitzug doch der ist da jenerisch leider ist mittlerweile die Zeit der Gleitzüge angeboren 1 achja oh leckleckleckleck oh leckleckleck von Frames ist nicht so bei 3 das heißt es ist irgendwann eine Nähe in Gleitzug aber und gleich sehen wir Benjamin wie sich durch ein Handelsschiff vor oder 3 wenn er gut ist 3 auf einmal alle versenkt Mission abgeschlossen Handelsschiff am Spieß Handelsschiff am U-Boot-Spieß dem schmeckt frisch geröstet und ein Beilagen ein paar äh Topics oh das könnte doch schon gut schmecken achja so sollte man spielen aufnehmen zuletzt wenn die auch ein Ende haben ja also ich würde mal sagen spielst zum 8.000 das Spiel vorbei nur noch knappe 5 Jahre nur dann das ist ja halt mein Fame und gleich sind wir mir kommt schon ne es hätte geklappt das ist ja das ist ja egal was du aufspielst ist ja mir auch schon egal das ist ein reiner Marinehafen spielst denn Kriegsschiffe auf diesen Lauf Kurs 16 halbe Fahrt neuer Wegpunkt spielst du sie sind gar keine Handelsschiffe mehr unterwegs weil das Marinehafen ist Junge oh was ist das wenn ein Handelsschiff Munition macht ist das ein Handelsschiff ähm das ist ein Kriegshandler ne ist ein Kriegstrachter A das liegt eine Kriegsschlüssel also nein ein Kriegsbrach also eine Kriegs ja weil es ist das Wort Kriegs drin das war knapp nein es sieht von hier knapp aus aber wenn die Maus mal aufhören könnte hier Samba zu tanzen würdest du sehen würdest du sehen dass ich nichts sehe dass er noch 200 Meter entfernt ist mal Zeichen so langsam wie das der angehalten ist hm der hat mich angehalten der verdämmersalarm und vorwärts Krampf im Arm ne da haben wir ins Finger Krampf im Arsch ja Schiff in Sicht Kurs frei äh feinfahrt beenden kein Bock mehr hier ey pfff pfff wir haben nicht viel Maschinen stoppt so ähm nach der Feinfahrt hier wieder nach der Feinfahrt naja wenn wir ein bisschen was zu sein was mich wirklich aufregt ist schwachsinnig also das kommt der komplette ist komplette Heck ist unter Wasser dringend Zeit für 8.0 äh 9 mal falsches Spiel das komplette Heck ist unter Wasser und der Rotz sind schon da weiter wie eine Einfluss irgendwo kommt so leicht leicht ich bin ziemlich fertig verschwitzt weil es immer warm wärmer wird Pizzerallon ne das hatte ich auch sagen Pizzerallon ne das hätte ich dir gehört also ähm danke fürs Zusehen ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr hattet ein bisschen mehr Spaß als ich auch wenn ich das nicht freue ähm wir sehen uns an der nächsten Videos bis dann haut rein ciao euer Ben27.0 über Kommentare Likes und Abos würde ich mich freuen ganz vergessen ciao haut rein euer Ben27.0 bei die Vielen Dank.